ja hallo servus und hallo der Reaktion der IconPlancess zu Miss Garden Warfare Let's Play ihr seht jetzt dann gleich ein recht ein kurzes Live Let's Play von mir und von Banda das ist ziemlich geil weil wir spielen da Gärten und Friedhöfe und wir spielen da auf der Pflanzenseite und beide aus Sonnenblume und es ist sehr geil weil wir sind da sehr sehr offensiv oder defensiv keine Ahnung auf jeden Fall sind wir beide immer im Garten drin und tun alle rundum heilen und natürlich uns auch gegenseitig heilen und sofort wieder überleben und dass wir ja gleich im Garten verteidigen und dass wir gut gewinnen beim ersten gelingt uns das nicht beim zweiten aber recht gut das liegt zum Großteil auch an uns würdet mal so ganz fein behaupten auf jeden Fall ist ein richtig lärmendes Gameplay man hört auch uns beide ich hab das nicht geschafft mit den Zahlenstellungen viel Spaß damit es ist sehr geil bis zum nächsten Mal und ciao was spielen wir machen wir Sonnenblumen Erbsentaktik okay Kalle ich hab Titus bekommen die oder machen wir Sonnenblumen Sonnenblumen Taktik okay Sonnenblumen Sonnenblumen Taktik probieren wir mal und was so 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 doch so kommen wir wenn man bei der map mit viel sonnenblumen spielt der am auffang dort da kann man ur schnell gewinnen echte und drei kreis mit mit dem laser kick klingt einmal ich brauche da heller Ja, eh? Ja Ich glaube auch Antoine und diese LP Schade, ich bin hier Ich glaube, du hast die Halt? Ja, sehr schön Da, da ist der General Supremo Over Da links für den Ingenieur Ich bin hier Warte mal, mach ich das schon? Na, scheiße Das war jetzt keine gute Idee Jetzt müssen wir schnell sein Der eine, warte mal, der eine tut mir nicht überleben Oh, der 5 Minuten ging so stark, das ist wahrscheinlich richtig Jetzt sind wir nicht so viel geiler Macht aber auch viel Spaß, oder? Ja Ja, das ist so geil Da links, links kommt ein viel Da ist eine Drohne auch Fack den hin Mehr hin? Warte mal, warte mal, ja Na, na, das wird nicht überleben, glaube ich Okay, gut, dann... Warte mal, warte mal Na, jetzt hätte ich es geschafft Ich hätte es geschafft Na, dann bleib drinnen und gib vor drinnen Unterstützung Ja, aber da sind so viele einfach drinnen Da sind zu wenig Pflanzen drinnen Zwei Woher da bist du eigentlich hier? Warte mal, dann bist du drinnen und ich bin nicht hier Nein, du bist da Warte, du bist du eigentlich hier Warte mal, warte mal, warte mal, du bist irgendwo hinten okay gut gekriegt ich gehe gleich den nächsten kurzen ich will schauen ob ich das klinge kann nein aber ich muss ok der Teleport ist da hier ist ja einer von der Erbsen spieler oder so Da bin ich. Warte! Da kommt der Ingenieur. Da kommt der Wissenschaftler. Echt, ich bin ja da an der Sonneblumen. Die ist so scheiße. Achtung! Boah! Lange Bombe! Ernsthaft! Bist du hier? Warte! Ja, ich bin hier. Danke. Wir dürfen den Ingenieur nicht bauen. Warte, warte, Oman ist glaube ich Alltag. Ja, nein, Ingenieur ist Oman. Auf der Praxis. Warte, Hermann. Brauchst du noch einen Regenbogenstar? Ja. Warte, warte. Oh ja. Na du, es kann. Ah ja, stimmt ihr. Doch. Na, wo ist kein Regenbogenstrahl? Doch, das bin ich, du Idiot. Na, hast nicht, schau links unten durch Regenbogen. Doch, das ist nicht. Ja du. Dann war aber Regenbogen nicht mit der normale. Es gibt ja verschiedene, das war ja schon. Es gibt den Regenbogen da und das gibt den normalen. Aber ich hab, ich hab in Regenbogenstrahl, Idiot. Hast du ihn eingesetzt auch? Ja. Und warum ist das noch nicht Regenbogenmäßig? Mann, dann komm halt her. Dann probieren wir's halt nochmal aus, du Idiot. Ja, weißt du, ich bin hinter dir. Schau, bei dir ist ja normal. Aber das versteh ich nicht. Vorher war ja nicht normal. Und da hast du nicht gehört, da hab ich gehört. Jetzt höre ich dich. Und bei mir ist ein Regenbogen. Ja, gut, dann ist ja der Regenbogen. Hahaha, ich bin mir recht. Warte, ich schau, da sind Teleporter-Zerstörer. Ja, die killen die Ingenieure. Hinter dir ist einer, gell? Ja, schon klar. Warte, warte, komm mit. Warte mal, ich höre die Belegte wieder. Der da vorne ist ganz leicht aufhittet. Alter, ich hab ihn trotzdem nicht gekillt. Der hat noch 25%, hat er noch gehabt. Boah, mit der Scheiß. Der Delfin bist du in, oder was? Der Delfin ist ja noch nicht. Der Delfin ist ja noch nicht. Alter, der Garten ist schon wieder fast weg. Warte, bleib ich jetzt im Garten drin. Vielleicht schaffen wir's ja noch 2 Minuten. Dann bleib ich auch da. Irgendwo stark noch pflanzen. Irgendwo stark noch pflanzen. Irgendwo stark noch pflanzen. Irgendwo stark noch pflanzen. Der Typ schaut auch in die andere Richtung. Der Typ schaut auch in die andere Richtung. Alter, so geil, Alter. Ich höre gerade beide. Erbsenkanonen, wo es in der Retro-MG sind. Alter, so wie geil hat das gerade ausgeschossen. Ich habe jetzt noch einen Laser rein. Ich habe jetzt noch einen Laser rein. Ich gehe auch noch einen Laser rein. Du schaust von oben auf den Dackel, glaube ich. Also noch dieses... Boah, ich bin hier, was auch von hinten. Ich bin hier hinten. Pass auf, da kommt der Wiesnischhoftler von der Seite. Wo? Rechts? Also links, meinst du? Ja, das kommt mir schon offen, gell. Ja, ich weiß. Sehr gut. Da links ist ein Ingenieur. Ah, der ist schon weg, gell. Schnell rein. Schnell rein. Fack, jetzt stürme uns für die... Scheiße. Immer in den letzten paar Sekunden. Den haben wir aussehen. Ja! Ja! Wie geil war das. Das war sicher ein Großteil unserer Dienst. Alter, geil. Na ja, 6.000 für das, dass es nur angewandt ist. Aber dann haben wir es auch gut. Ja, das habe ich schon gedacht.